Sehr sauer. Anfangen und dann müssen wir reden. Es gibt da so einen Test, ob ihr zum Abi zugelassen werdet. Was? Nein! Ach, auf einmal ist das gar nicht mehr sicher, oder was? Und sie haben uns das versprochen. Wir müssen doch gar nicht mehr kommen, wenn ihr alles für ein Arsch hilft. Eichchen. Wieso? Das ist Frau Drispenstedt. Sie ist zum Schulgesundheitsbeamt. Ihr müsst geimpft werden. Hallo, Kinder. Hä? Das war noch nie. Ja, weil ihr noch nie geimpft wurdet. Ihr sind überall Zecken und ihr müsst geimpft werden, damit ihr keine Hirnnotentzündung und eine geistige Behinderung bekommt. Ja, Chantal, da fragst du dich zurecht. Es ist dafür nicht zu spät. Au. Hast du gesehen, wie langsam er reagiert? Chantal! Warum steht da D-O-Kinder-Dog? Dog. Das ist das englische Wort für, wer weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Doktor. Shanti. Super. Du hast wirklich alles gelernt, was du wissen musst. Du bist bereit für das Leben da draußen. Ich hab's gegoogelt. Das ist ein Ding zum Chimpern-Hunden. Oh mein Gott, Sie sind bescheuert, Himmela. Machen Sie das wieder raus. Nein, du musst schon, wenn jetzt ein Fell wächst. Nein. Danger, halt ihn fest oder willst du der Einzige sein, der zum Unterricht gezwungen wird. Ruta, nein. Willst du hier ganz alleine sitzen? Das ist nicht. Himmela, bitte nicht. Bitte nicht, Himmela, bitte. Nein. Der Cocker Spaniel ist der Nächste. Nein, 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 nein. Ah. Austeilen. Was das? Das ist der Lehrplan, den ihr durcharbeiten werdet. Aber dem Lehrplan arbeiten ja die Lehrer durch. Ich glaube, sie versauen jetzt den Nachmittag oder was? Ab jetzt werdet ihr schön zur Schule kommen, oder? Ich bin jetzt hier zum Beispiel. Vielen Dank.